Die Beratung.de-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Sie suchen einen Anwalt, der fachlich herausragend und erfrischend anders ist? Dann sind Sie in der Kanzlei Lenkheit bestens aufgehoben. Daniel Lenkheit bezeichnet sich selbst als Fachidioten und ist sogar stolz darauf. Der Fachanwalt für Arbeitsrecht gilt als absolute Koryphäe, zeichnet sich durch jahrelange Erfahrung aus und hat bereits mehr als 3000 juristische Mandate erfolgreich bearbeitet. Die Kanzlei versteht sich als kompetenter Partner in allen Fragen des Arbeitsrechts. Sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber sind von der Expertise des Profis ebenso begeistert wie von seiner sympathischen Art. Die hohe Anzahl an positiven Bewertungen und viele langjährige Dauermandate bestätigen das eindrucksvoll. Fachanwalt Daniel Lenkheit, Ihr Experte für Arbeitsrecht. Fachanwalt Daniel Lenkheit, Ihr Experte für Arbeitsrecht.